Herzlich Willkommen bei Autohaus Wiesmann. Sie sehen hier einen sofort lieferbaren Ford Car Trend mit der 1,2 Liter Maschine, 51 kW bzw. 90 PS Schadstoffarm Euro 5 mit Start-Stop-Mechanismus. Die Komfortausstattung umfasst eine Klimaanlage, ein CD-Radio, MP3 fähig, die Zentralverriegelung und Fernbedienung, Servolenkung, elektrische Spiegel, elektrische Fensterheber, ein Bordcomputer, die Lackierung Metallic, das Innendekor China-Weiss, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, Kopfstützen hinten und Türgriffe und Heckklappengriff in Wagenfarbe lackiert. Die Sicherheitsausstattung besteht aus vier Airbag, ABS, Servolenkung und einem pleitsparenden Reifenreparaturset. Besuchen Sie uns in Kirchheim-O-Landen, gerne auch Samstags bis 17.30 Uhr. Res đấy in Kirchheim-O-Landen in Kirchheim Musik Musik Musik